Okay, next up we have Trevor Paglin and the six landscapes of the Surveillance Day? Something like that. Yeah, you know, we'll work it out. Genau, wir haben Trevor Paglin, den sechs Landschaften des Überwachungsstaats. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Es ist eine fantastische Ehre, hier mit euch allen zusammen zu sein. Aber lasst uns gleich starten. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich habe sehr viel Zeit letztens in Helikoptern verbracht. Ich bin ein Künstler, aber ich bin nicht jemand, der jeden Tag in ein Studio geht und dann dort Farben mischt und dann am Schluss kommt ein Gemälde raus, sondern ich praktiziere eher empirisch. Ich gehe raus, verbringe sehr viel Zeit draußen rumzurennen. Und eines der übergreifenden Themen meiner Projekte hat damit zu tun, eine Vision und eine Ansicht so weit zu verbreiten, wie ich kann. So weit, so lang, wo es zusammenbricht. Der Grund dafür ist, dass dadurch, dass ich diese Grenzen ausloten möchte, wir können, dadurch können wir uns einen Aussichtspunkt erschaffen, sodass wir dann mit anderen Augen zurückblicken können, mit frischen Augen auf diese Landschaft blicken können. Das ist für mich Kunst. Manche wollen Schönheit von Kunst, manche wollen schöne Dinge, die sie über ihr Sofa hängen können. Was ich von Kunst möchte, ist Dinge, die uns helfen können, die Geschichte besser zu erkennen. Darum geht es bei mir. Heute möchte ich um Geheimnishaltung sprechen. Wie sieht man Geheimnisse? Oft denken Leute, Geheimnishaltung ist, was du weißt und was du nicht weißt. Geheimnishaltung ist das, was wir nicht wissen, und was nicht geheim ist, ist das, was wir wissen dürfen. Und ich denke, diese Ansicht ist falsch. Zum Ersten ist Geheimnishaltung erst mal eine Art, wie man Dinge tut, wie man menschliche Aktivitäten organisiert. Es hat politische Aspekte, es hat wirtschaftliche Aspekte, gesellschaftliche, kulturelle Aspekte. Und es ist einfach eine Art, Dinge zu tun, die unsichtbar sein sollen, die versteckt sein sollen. Deswegen denke ich über Geheimnishaltung als einen abstrakten Raum, über den wir uns unterhalten müssen. Dieser abstrakte Raum existiert nicht in der Realität. Es ist einfach eine konzeptuelle Sache. Geheimnishaltung ist sehr immateriell, könnte man sagen. Aber in der echten Welt existiert Geheimnishaltung nur so weit, wie ihre Logik den Dingen in der echten Welt auch angewandt, auf Dinge auch angewandt wird. Man könnte also sagen, im echten Leben ist Geheimnishaltung auf Institut, Institutionen und Strukturen angewandt, zum Beispiel auf die NSA, den amerikanischen Geheimdienst, oder die verschiedenen Black Budgets, die schwarzen Kassen, die unsichtbar sind, die verschiedene, verschiedene gesetzliche Institutionen, wie zum Beispiel der FISA, Gerichtshof, der unsichtbare, geheime Gerichtshof der USA. All diese Sachen untermauern meine Idee, dass ich über Geheimnishaltung nicht darüber denke, was man weiß, was man nicht weiß, sondern einen Zustand oder einen Staat, der sich anders verhält, als sich ein demokratischer Staat verhalten sollte oder was wir von einem demokratischen Staat erwarten. Die Frage ist dann, wenn Geheimhaltung eine Art und Weise ist, wie man Organisationen und menschliche Aktivitäten organisiert und sie unsichtbar macht, wie können wir dann dafür sorgen, dass wir sie sehen können? Manchmal, wenn ich darüber spreche, benutze ich die Metapher aus der Kosmologie, dunkle Materie. Wir wissen, dass 97% des Universums aus dunkler Materie, dunkler Energie, die wir nicht direkt sehen können, besteht, aber wir können darauf schließen, aufgrund von Effekten, die es auf das sichtbare Universum hat. In anderen Worten, indem wir die Interaktionen der unsichtbaren Materie mit der sichtbaren Materie sehen, können wir das beobachten und ich denke, dass Geheimhaltung eine selbstwidersprüchliche Sache ist. Der Grund dafür ist, dass die organisierende Logik der Geheimhaltung ist, dass sie niemals komplett effizient ist. Zuallererst ist die Idee der Geheimhaltung nicht effizient, weil Dinge in der realen Welt Licht reflektieren. Wir haben diesen ursprünglichen Widerspruch in der Idee der Geheimhaltung. Zum Beispiel, wenn wir ein geheimes Flugzeug bauen, können wir es nicht in einer geheimen Fabrik mit geistartigen Arbeitern bauen. Wir müssen es mit realen Menschen bauen, in einer realen Fabrik. Geheimhaltung ist nicht effizient. Es ist von sich aus widersprüchlich und weitere Widersprüche folgen. Methodisch versuche ich, diese Widersprüche herauszufinden. Wo überschneidet sich diese geheime Welt mit etwas, was wir beobachten können, was ich finden kann? Indem ich diese Methode verwende, kann ich einen Blick in die Geheimhaltung werfen, die um uns herum passiert. Aber wir haben wenig Erfahrung damit. Ein Widerspruch, der sehr wichtig war für mich, ist Logistik. Logistik bedeutet, falls du geheime Kriege durchführen möchtest, wie die Vereinigten Staaten es tun, mit Militärbasen in etwa 200 Ländern, mit Spionagesatelliten, dann brauchst du dafür eine logistische Infrastruktur, um dies zu unterstützen. Und ein kritischer Teil davon ist, dass es Flugzeuge gibt. Man muss Menschen etc. transportieren per Flugzeug. Vor einigen Jahren war ich sehr interessiert an dem Programm der CIA, das aus Kidnapping und Folter bestand. eine der Ideen, ich arbeite mit einem investigativen Journalisten zusammen und Menschenrechtsgruppen und Leuten, die diesen Gefahr rauszukriegen versuchten. Eine der Ideen war, falls man versuchen könnte, die Bewegungen von Flugzeugen zu verfolgen, von denen man weiß, dass sie in diesem Programm beteiligt waren, dann könnte man vielleicht ein Verständnis gewinnen über die Geografie dieser Aktionen. Wenn wir wissen, dass Menschen verschwinden von Orten in der Welt und wenn wir wissen, wo sie sich hinbewegen, dann würde die CIA und das Militär vielleicht kommen und sagen, ja, wir haben jetzt jemanden hier. Und dann würde dieser Mensch in Guantanamo Bay auftauchen. Und das heißt also, die Menschen müssen in irgendeiner Welt irgendwo sein und es müssen dann geheime Gefängnisse existieren und solche Dinge. Und die andere, die andere klassische Art, wie man Logistik in der CIA organisiert oder einigen Teilen des Militärs, das ist, dass man Scheinfirmen bezahlt, die sich vor diese Institutionen stellen. Eine sehr gute Idee aus mehreren Gründen. Zunächst mal ist es eine gute Idee, weil man den eigenen Namen dadurch nicht in der Geschichte hat, wenn eine Firma für jemanden etwas erledigt und der Name CIA oder was auch immer niemals auftaucht. Eine sehr gute Idee in diesem Sinne. Außerdem auch eine sehr gute in dem Sinne, dass es sehr viel größere Bewegungsfreiheit gibt für Zivilisten als für die Militärs der Welt. Wenn man zum Beispiel ein Flugzeug chartern will und nach Karachi in Pakistan fliegen will, das ist überhaupt kein Problem für einen Zivilisten. Man muss irgendwelche Bakshi-Spezialen vielleicht oder Gebühren. Aber als Militär, wenn du ein Flugzeug nach Karachi fliegen willst, dann startest du einen Krieg. Es ist also eine großartige Idee, diese Firmen einzusetzen. Das Problem ist, wenn man eben Scheinfirmen hat, dann muss man alles Mögliche an Papierkram bearbeiten, wie jede andere Firma in der Welt auch. Und die Flugzeugindustrie, Luftfahrtindustrie ist sehr reguliert und zeugt also eine große Papierspur. Und die Idee ist, wenn wir also identifizieren, welche zum Beispiel Flugliniengesellschaften involviert sind, dann könnten wir vielleicht verfolgen, was sie tun und vielleicht etwas über die Geografie dieser Programme lernen. Also wir überlegen uns, was all die Dinge sind, die ich gerne tun möchte, wenn ich eine Scheinfirma wäre, die für die CIA arbeitet oder was ich gerne tun können möchte, um, dass es, ein Punkt ist, auf militärischen Luftstützpunkten zu landen, überall in der Welt. Also man geht dann zum Militär und uns sagt, könntet ihr uns vielleicht eine Liste geben von all den Zivilfirmen, die auf Militärluftstützpunkten landen dürfen, wo habt ihr die entsprechenden Erlaubnisse und dann kriegt man ein Dokument wie dieses hier und dies heißt dann, dass CAP, also dies ist eine Liste der Firmen, die landen dürfen, also Firma X, UPS, DHL, DHL, also Firmen, die hauptsächlich mit Logistik zu tun haben, auch für die Militärs. Wenn man dann die große Mehrheit dieser Firmen hat nur Erlaubnis in Conis zu landen in den USA, wenn man sich aber tiefer in das Dokument hineinbegibt, dann bekommt man Firmen wie diese hier, Stevens Express Leasing, die eine weltweite Landeerlaubnis auf allen militärischen Luftstützpunkten haben, Richmore Aviation, wir werden auf sie zurückkommen, Rapid Air Trans, all diese Firmen haben weltweite Landeerlaubnis, sehr seltsame Firmen, Path Corporation, Premier Executive Transport Services, also Premier geschäftsführende Transportdienstleistungen, es gibt also verschiedene Abstufungen, was mit diesen Firmen los ist, es hat mich wirklich sehr interessiert, Premier Executive Transport Services, es war sehr interessant, wir haben das Papier von der Luftfahrtbehörde bekommen und sie haben eine Adresse Washington Street in Massachusetts, in diesem Gebäude hier, auf dem zweiten Stockwerk, das Schild weist auf eine Firma von Anwälten, Entscheidungsanwälten. Als ich dann dort hineingegangen bin und gefragt habe, ob ich mit jemandem über Premier Executive Transport Services reden könnte, wurde ich hinausgeworfen, aber ich habe einfach weiter nachgeschaut, weiter gestochert und es ist eine Firma, die alle möglichen Papiere einreichen muss, Steuer, was auch immer, interessiert mich für Leute im Aufsichtsrat und die Angestellten und habe ihre Unterschriften gesammelt, Colleen Bourne, Brian Dice, James Kershaw, Kershaw, Tyler Edward Tate, mein Liebling und falls ihr das nicht herausgefunden habt, Tyler Edward Tate ist keine echte Person, Tyler Edward Tate hat einen Geburtstag im 1950er Jahren und eine Sozialversicherungsnummer aus den 1990er Jahren, keine Kreditgeschichte, keinen Führerschein, niemals geheiratet, hat eigentlich keine der elektronischen Spuren, die wir alle erzeugen zu jeder Sekunde in unserem Leben. Tyler Edward Tates einzige Adresse ist diese, ein Postfach hier an diesem Flughafen in Washington, D.C., Mailbox 221 943 und ich habe nun nach dieser Mailbox gesucht und habe eine lange Liste von Namen gefunden. Das sind alles Geister, all diese Namen sind Menschen, die nicht existieren und sie existieren nicht, weil sie im Geschäft sind der sich verlaufenden, verschwindenden Menschen. und weil das aber alles zivile Flugzeugfirmen sind, können wir eine Liste der FAA, der Flugbehörde der USA anfragen, alle Flugzeuge dieser Firmen, man kann man die Luftfahrzeugnummern, die Registrierungsnummern, dann können wir dann nach den Flugplänen dieser Flugzeuge fragen und dann bekommen wir ein Dokument, das so ähnlich aussieht wie das hier, wir kriegen die Registrierungsnummer des Flugzeugs, wir wissen, wo es gelandet ist, nämlich in UAD, das ist Washington in Dallas, dann Bangor in Maine, dann das hier bedeutet, dass diese Abkürzung ist, die Special Forces, dann Ancient Ireland, Irland, Entschuldigung, und hier haben wir Guantanamo Bay. Also habe ich angefangen, diese verschiedenen Routen dieser Flugzeuge nachzuverfolgen, in der Hoffnung, dass man dann mehrere Flüge zu bestimmten Orten sieht und dann könnte dieser Ort möglicherweise etwas sein, wo man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch schenken kann. Ich fliege jetzt hier ein bisschen durch, wir hatten viele verschiedene Informationsquellen, das hier ist eine Karte, die ein Gefangener gezeichnet hat, von einem dunklen, also von einem geheimen Gefängnis. Diese Kombinationen von Informationen, die wir haben, haben uns geholfen, den sehr wahrscheinlichen Ort einer Blacksite, eines geheimen Gefängnisses, eines geheimen auf Ort der CIA zu finden. Wir sind da rausgeflogen, ein Kollege von mir ist da rausgeflogen, ist mit einem Taxifahrer dort hingefahren, der Taxifahrer war nämlich der Einzige, der wusste, wo diese Straße auch ist. Wir mussten dann jemanden finden, der schon bevor der sowjetischen Besetzung Afghanistans tatsächlich auch dort diese Straße kannte, der dort schon Taxi gefahren ist, weil alle anderen wussten das gar nicht mehr, weil da natürlich niemand rein darf. Er fuhr also da raus, ließ die Stadt hinter sich, war mitten in der Wüste, in der Sundra und plötzlich war da ein Stau. Und zwar nicht ein Stau aus Autos, sondern ein Stau aus Ziegen. kam der Ziegenherd vorbei, ein ganz alter Afghane mit großem Bart und so weiter, wie man sich's eben vorstellt. Und dann ist ihm aufgefallen, oh, aber dieser afghanische Ziegenherd, er trägt eine Baseballmütze. Und dann haben wir also drauf gewartet, bis der Mensch in der Baseballkappe zu uns rüber geschaut hat und stand KVR drauf. Das steht für Kellogg, Brown & Root, das ist eine Unterfirma von Halliburton. Halliburton ist die Firma, bei der Dick Cheney auf dem Board of Directors war. Dann sind wir plötzlich mitten in Afghanistan und haben wir plötzlich ein Gebäude, das mit 99% Wahrscheinlichkeit ein CIA-Gefängnis ist und dann ist der Typ, der eine Dick Cheney-Mütze aufhat. Das hier ist auch ein geheimer Ort in Kabul. Ich interessiere mich sehr für diese Frontfirmen, die eine Front nach außen darbieten. Was ist die Architektur dieser Firmen? Wie sieht es zu Hause aus? Wir stellen uns immer vor, diese Geheimorganisationen sind ausschließlich geheime Gefängnisse, Folterkabinen und so weiter und das stimmt natürlich auch. Aber ich habe mich gefragt, was ist die Architektur dahinter? Was ist der ganze Schwanz, den das Ganze nach Hause zieht? Ich habe da ganz viele von diesen Frontfirmen gefunden und die existieren in dieser Grauzone, wo sie dann tatsächlich auch echte Geschäfte sind und sie haben echten Geldfluss. Aber vor allem arbeiten sie eben für die CIA. Und was hier passiert, dass es zwei dieser Frontfirmen sind dann tatsächlich in einen Rechnungsstreit gekommen. Einer davon war Original Aviation und die andere heißt Sports Flight Airways und die beiden haben sich gestritten, wer eine Rechnung bezahlen muss. Sports Flight Airways behauptet von sich, dass sie Sportteams durch die Gegend fliegen. Tatsächlich fliegen sie Sportteams durch die Gegend und die CIA. Nachdem die Firma in New York ansässig ist, kam diese Anklage, kam in einem kleinen Gerichtshof in New York raus und keiner hat das für drei Jahre lang gemerkt, dass diese Akten dort lagen. Auch die CIA hat es nicht gemerkt und hat einfach nicht gewusst, dass diese ganzen Dokumente in diesem kleinen Gericht in New York liegen. Beweisführungen drin und verschiedene Einreichungen von Dokumenten und einige Leute aus England sind dann an diese Dokumente gekommen und von denen habe ich die. Hier haben wir zum Beispiel eine Rechnung für einen Ausführungsflug, wo dann eben Menschen tatsächlich nach Guantanamo Bay geflogen worden sind. Es gibt Euro-Kontroll-Dokumente, wird leider nicht erklärt. Dann hier eine Liste von Anrufen, die während des Flugs getätigt worden sind, mit dem sie ihr Hauptquartier angerufen haben und wo sie ihre Kosten für die Satellitentelefone zurückkriegen kommen möchten. Ich habe also sehr viel Zeit mit diesem Zeug verbracht und diese riesige Karte erstellt, um diese verschiedenen Beziehungen zwischen diesen Dokumenten sind. Deincor zum Beispiel ist eine der Firmen dahinter und aber selbst Deincor hat dann wieder Manager mit anderen Firmen zusammen. Sportsflight ist in der Mitte und Sportsflight hat dann wieder Flugzeuge gemietet von all diesen anderen Flugzeugen, die anscheinend dann auch Frontfirmen sind. Und dann bin ich einfach rumgegangen und habe angefangen diese Orte zu fotografieren. Ich wollte diese Orte sehen. Hier sehen wir Sportsflight in Long Island und sie haben versucht mit Tesa über ihr Schild zu kleben, damit es nicht mehr erkannt wird. Da haben wir diese verschiedenen Beweisführungen und Anfragen, in denen wir gefragt haben, wer ist Ron Dickie zum Beispiel und Bill Vittel wurde erwähnt. Also warum fuhr ich da hin? Ich habe mal ein Foto von Bill Vittel gemacht. Ich wollte wissen, wie der aussah. Hier ist Ron Dickie. eine Frage ist hier, wo befinden sie sich? Und eine weitere Firma ist hier Horseheads New York Aviation, Horsheads Pferdekopfflügel. Und das sind die Orte, in denen das ist? Da ist hier eine Frage, wer ist Larry? Der erste Larry, den ich kenne, ist Larry Seals. Das ist Larry Seals. Und das zählt sich alles zusammen zu einer sehr alltäglichen Landschaft, die wir uns ansehen. Und wir sehen hier eine unglaublich geheime und unglaublich bösartige Firma und sie sieht so aus. Sie sieht nicht böse aus. Sie sieht nicht aus wie anders. Sie sieht nicht aus, als als würde sie nicht zum Rest der Welt gehören. Und das ist sehr furchteinflößend für mich. Orte, an denen wir verdeckte Aktivitäten finden können, an denen wir geheime Aktivitäten sehen können. Wir müssen nicht weit gehen, wir müssen einfach nur den Himmel beobachten. Auf viele Arten und Weisen habe ich das getan. Ich habe viel Zeit in Nevada verbracht. Alle Drohnen der Welt werden im Grunde von Piloten aus Nevada geflogen. Man fährt von Las Vegas eine Stunde in die Wüste hinaus. Man muss wissen, dass das einfach da ist. Man geht da hin, parkt sein Auto und beobachtet den Himmel. Man bemerkt, es gibt all diese kleinen Dinge, die wie Insekten aussehen, aber tatsächlich sind das Drohnen. Ich habe also sehr viel Zeit damit verbracht, den Himmel zu fotografieren. Wenn man näher heranzoomt, sieht man das ganz genau. Vor einigen Monaten habe ich etwas Bemerkenswertes gesehen. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand gesehen hat. Ich bin ziemlich sicher, dass es eine von diesen RQ-17 Aufklärungsdrohnen sind. seltsammer Klang hört an wie ein TIE Fighter aus Star Wars. Das ist natürlich die Drohne, die die Iraner vor einiger Zeit abgeschossen haben. Wenn ich mir das ansehe, dann schaue ich nicht einfach nur nach Drohnen, sondern ich versuche herauszufinden, das ist auch historisch zu vergleichen. Das ist ein Bild von Turner, ein Engel in der Sonne. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, den Nachthimmel zu beobachten. Was ich tue, ist Satelliten zu tracken, geheime Objekte am Himmel, die eigentlich nicht da sein sollten. Es stellt sich heraus, dass bei diesen Widersprüchen, was ich sagte, dass geheime Dinge aus denselben Dingen bestehen wie alle anderen, Maschinen in der Welt, die sind above our heads in the night sky, all diese Objekte müssen Keplers Gesetzen der Bewegung gehorchen. Das heißt, wenn man etwas in den Orbit um die Erde schießt, dann kann man sehr genau den Orbit modellieren und vorhersagen, wo das Objekt sein wird, mit sehr hoher Genauigkeit. Amateurastronomen rund um die Welt tun das und sind sehr gut darin. Jede Nacht gehen sie raus mit Teleskopen und sie messen die Positionen dieser Raumflugkörper. Diese Reihe von Zahlen beschreibt den Orbit eines solchen Raumflugkörpers. Und man kann so eine Datei in eine Kartografie-Software einspielen und vorhersagen, wo dieses Objekt sein wird. Und dann kann man versuchen, dieses Objekt auch zu fotografieren. Man fotografiert nur einen sehr kleinen Lichtpunkt. Dies ist ein Fotograf, von dem wir dank Edward Snowden wissen. das ist eine Art böser Zwilling des Hubble Space Teleskops, was nach unten zeigt. Und diese Linie ist die Flugbahn des Objekts. Das ist so orange, weil wir das aus der Stadt aufgenommen haben und wir haben natürlich Lichtverschmutzung. Man sieht seltsame Dinge am Himmel. Dies ist ein Bild von einem Raumflugkörper namens Pan. Es wurde in einen geostationären Orbit geschossen, der so aussieht, sehr weit weg von der Erde. Dieses Objekt war sehr seltsam aus mehreren Gründen. Dieser kleine Punkt hier, dafür musste ich tatsächlich nach Südafrika fliegen, um dieses Bild aufzunehmen. eine Menge Spionagesatelliten. Ein geheimen Asylitenstaat hat also entweder eine militärische Flugnummer oder eine andere und man will natürlich nicht den Eindruck vermitteln, dass jetzt der nächste Krieg startt, also teilt man mit, dass ein Flug stattfindet zu bestimmten Zeiten. Es gibt also so Landstartlisten und Pan hat also keine Flugnummer, keine normale, keine militärische, ist aber irgendwie in den Listen verzeichnet. Also Pan hier ein Wappen sollte stehen für Pick a Name. In dem Rauch unter der Rakete sieht man also dieses Fragezeichen. Also Pan ist etwas, was soll basiert sein auf einem Lockheed 828 Bus. das einfach in einer geosationären Umlaufbahn über dem Indischen Ozean sich befindet, hat keine Standard- oder militärische Startnummer. Wahrscheinlich ist es eine andere Regierungsbehörde, die diesen Satelliten über dem Indischen Ozean hat. Also ich mache jetzt einfach Verschwörungstheorien und die Idee ist, wer möchte also jetzt eine ganze Bandbreite von Übertragungskapazität über dem Indischen Ozean haben, nicht andere Standardbehörden. Das ist wahrscheinlich die CIA, die einzige Agenturbehörde, an die ich denken konnte. Die tun ihren Namen nirgendwo hin. Und die CIA hat vielleicht nicht, warum möchten sie nun diese Bandbreite in Übertragung haben, möchten sie unterhalten, aber es geht hier um sehr viel mehr Bandbreite. Und naja, überlegen wir uns, was hier passiert. Es gibt zwei Drohnenkriege, einerseits den immunaktiven Schlachtfeldern wie Irak und Afghanistan, aber auch die Drohnenanschläge in Orten wie Pakistan oder Jemen und so weiter sind alle durch die CIA durchgeführt, also die möchten auf jeden Fall einiges an Übertragungskapazität haben. Sie können jetzt vielleicht 40 gleichzeitige Drohnenmissionen durchführen, aber es ist eine Theorie, aber es wurde dann komplizierter, denn was Pan tat, war dann sich leicht zu bewegen um den geostationären Göttel und hat sich an verschiedene Positionen geparkt, was äußerst äußerst unübliches Verhalten ist. Es braucht eine Menge Treibstoff und dramatisch reduziert ist die Lebensdauer. Also was ist Pan? Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Eines dieser seltsamen Dinge. dies ist noch ein seltsames Ding, dass 2009 startete eine Delta 4 schwere Rakete, gigantisches NSA Raumflugkörper über dem Nahen Osten und ich habe einen Südafrikaner gesprochen und gesagt schau doch mal USA Tour zu an, das ist also die Nummer und der sagte okay und ich war in der westlichen Halbkugel und konnte das sehen und USA 202 ist also dieses kleine helle Licht hier anscheinend eines der größten schwersten teuersten Raumflugkörper die NSA und NRO immer jemals gestartet haben eine riesige Antenne so groß wie ein Fußballfeld offenbar als großen Schirm und ich habe wieder meinem Freund geschrieben und gesagt ja ich habe dieses Bild und und sagte wieso du schaust anscheinend nicht auf das was du da siehst warum ja was ist denn daneben und ich hatte nicht daran gedacht und es zeigt sich dass diese kleine Linie hier ist ein bekannter Raumflugkörper Soraya 2 und dies ist ein Telekommunikations Lied für den Nahen Osten es ist also direkt da und siehst schaust sie an durch ein Teleskop ja es gibt noch andere Bilder wie dieses hier ich hatte ein bisschen Spaß damit ein Fotograf hat hier diese Version von Yosemite und wir haben hier eins dieser es ist hier ein 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 Raumschiff im Himmel das mich fotografiert das Yosemite fotografiert wir wissen das von den Snowden Dokumenten dass die Geheimgesellschaften mit Symbolen besessen sind das ging schon das ging schon sehr weit zurück als diese Geheimgesellschaften diese weitgefächerten Symbolsprachen hatten die diese ganzen Geheimnisse beschreiben sollten die diese Geheimgesellschaften behielten das gleiche stellt sich raus gilt auch für Teile des Militärs und der Geheimagentengesellschaft und es stellt sich raus es gibt diese ganzen geheimen Projekte und die machen aber Aufkleber äh Aufnäher für ihre Uniformen das ist total lustig ich habe einige von diesen Leuten gefragt warum macht er für Geheimprojekte äh Uniformaufnäher und naja wenn wir keine Aufnäher hätten das würde doch seltsam aussehen zum Beispiel haben wir das hier Spezialprojekte Testfluggeschwader das ist eine Anheit die sind basiert in Area 51 der berühmten berühmten Testgegend in Nevada alles was die machen ist die testen geheimen Flugzeuge wir haben ja dieses Schwert das bedeutet natürlich was das hier was hier vom Himmel fällt ist ein Radarkalibrierungsziel das werfe ich aus einem Flugzeug raus um mein Radar zu kalibrieren dann haben wir hier den äh Zauberer mit seinem Stab und der Blitz hier ähm bedeutet in diesem Fall wahrscheinlich elektrische Kriegsführung elektronische Kriegsführung und er hält dieses Sigma Symbol und Sigma brauchst du in der in der Physik und in den Ingenieurwissenschaften um die ähm die Stealth also die Radarunsichtbarkeit eines äh Flugkörpers äh zu berechnen und hier haben wir fünf Sterne äh und einen dann so ein bisschen daneben und 5151 ist natürlich Area 51 daher wissen wir dass sie in Area 51 arbeiten und wenn wir uns diese ganzen Logistikfragen ansehen dann bemerken wir dass es eine riesige Infrastruktur geben muss die in ähm die Missionen von diesem Testflug äh Geschwader reinfließen muss wenn wir also eine geheime Flugbasis haben und einen geheimen Fluggeschwader brauchen wir auch einen geheimen Flugtower wir brauchen geheime Flugcrews und wir brauchen geheime äh äh Mensamenschen und wir brauchen geheime Ärzte und geheime Dateneingabemenschen und so weiter und so fort wenn wir also geheime Flugzeuge fliegen müssen wir sie auch äh wieder auftanken und äh normalerweise funktioniert das über den sogenannten über das sogenannte Tankgeschwader das heißt äh wir haben dann ein weiteres Flugzeug das dann andockt und das äh das andere Flugzeug auftankt hier haben wir den geheimen Tankgeschwader unten rechts das äh das äh das Maskottchen hier ist ein ähm ähm äh ein Phantom das hält hier so einen Tankschlauch den ich in ein Flugzeug reinstecke um es nachzutanken haben wir nk 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 wtg .nobody der erste Teil stellt sich raus das findest du überall auf allen Aufnähern von den äh auf Tank äh geschwadern und es steht für no one kicks ass without tanking gas also keiner tritt anderen in den Arsch ohne aufzutanken und dahinter haben wir nobody nobody niemand natürlich und ähm so wollte ich ja wenn wir also wenn wir also geheime Flugzeuge bauen dann bauen wir eine ganze Welt damit auf wir haben hier äh die haben hier eine Football Mannschaft für ihre Geschwader und die spielen alle gegen die anderen geheimen äh Geschwader in der geheimen Fußballliga und äh ich hab das hier bekommen dieser Ring ist der Ring für das Football Team der Red Hats der Roten Hüte ist auch eine Geheimorganisation die auch von Area 51 aus operiert ihr Motto ist more with less mehr mit weniger und ihr Maskottin ist ein Bär der über die Welt klettert während er einen roten Hut aufhat wenn ihr erraten könnt was die machen das seid ihr richtig gut aber ich sag's euch sie fliegen ein kleines Geschwader von gestohlenen sowjetischen MIG Flugzeugen und ihr Motto ist mehr mit weniger weil sie nur ein paar von diesen Flugzeugen haben und ich kannte diese Flugzeuge schon ich wusste schon ein bisschen über die Red Hats und der Mensch der mir diesen Ring gesendet hat der hat gesagt er weiß nicht was B-H-A-S heißt was hier unten steht ich hab ihn das gefragt und das heißt es steht für Blue Hats Ain't Shit also die die blauen Hüte die können gar nichts diese Scheiße Rapid Capabilities Office die haben hier die schwarze Welt in der Mitte ihres Aufnähers diese Jungs die sind verantwortlich für den X-37 Raumflugkörper das ist sozusagen die Militärvariante eines drohenden Raumflugkörper und er ist wieder auf einer Mission die die schon ewig wieder unterwegs ist hier ist ein Foto in dem es im Himmel gerade ist und die Flugcrew das ist deren das ist deren Aufnäher und die sind alles zusammengefasst in diesem Rapid Capabilities Office das ist die schnelle Reaktionsbüro und ihr ihr Slogan ist Doing God's work with other people's money also wir wir machen Gottes Arbeit aber benutzen dafür andere Leute Geld und manchmal nennt man auch tatsächlich ganz ganz interessante Details aus diesen Aufnähern zum Beispiel das hier ist ein bisschen älter mit also eine ältere Sammlung von Raubflugkörpern namens Onyx also dieses Diagramm diese Flugbahnen sind tatsächlich genau das heißt wir können rausfinden wo diese Flugkörper geflogen sind und wir sind die Nacht steht noch unten das heißt sie fliegen zur Nacht jetzt ist die Frage wir wissen den Orbit wir wissen dass sie in der in der Nacht arbeiten was können wir also daraus schließen die einzige Möglichkeit die ist ist ein künstliches Aperture Entschuldigung kann ich das nicht übersetzen das heißt sie machen Nachtfotos und hier haben wir also ein Memo in dem steht Herr Jungs hört mal auf ständig diese Details in diese Aufnäher reinzukriechen die kriegen das von raus die und die NSL hat inzwischen Säureaufnäher und steht nichts ist außer unsere Reichweite das ist vor einigen Wochen erst gestartet das ist die zweite Generation von diesen synthetischen äh Foto Raumflugkörpern und hier ist wieder ein anderer da steht drauf lass sie doch uns hassen solange sie uns fürchten und das ja das passt einfach nur die ganze Sache zusammen das ist für einen dieser Spionage Satelliten ein Klassik aus dem Genre nicht fragen geht dich überhaupt nichts an auf Distanz sehen ich fasse jetzt etwas zusammen die Idee ist wenn man all diese geheimen Dinge tut dann passt das nur unperfekt in die reale Welt man muss Infrastruktur haben die in diese Operation einfließen man muss Bürokratie durchführen Rechnungen stellen und Zeug wie das und es gibt auch einen materiellen Fußabdruck auf der Oberfläche der Erde Orte die mit geheimer Aktivität assoziaten sind überall auf der Erde verstreut man kann normalerweise nicht in die Nähe von all diesen Orten oft gibt es Pufferzonen von 30 40 50 Meilen um diese Orte herum und man kann nicht auf öffentlichem Land stehen und diese Orte beobachten was wir begonnen haben ist dass wir Werkzeuge für die Astronomie verwendet haben und diese für Fotografie auf der Erde eingesetzt haben was wenn ich ein Teleskop kaufe das für Jupiter gedacht ist und es auf einer Militärbasis in 40 Kilometer Entfernung Zeige das wurde mit einer 50 Millimeter Linse aufgenommen und man beginnt eine ganz andere Landschaft zu sehen so sehen einige dieser Bilder aus das ist Area 51 das ist das große Datenzentrum was die NSA in Utah gerade fertig stellt das ist ein Ort in West Virginia der Codename ist Timberline es ist eine dieser NSA Abhörstationen die kürzlich bei der Spionage auf UNICEF eingesetzt wurden dies ist eine Luftwaffen Einrichtung in New Mexico das ist eine geheime Luftbasis auch in Nevada das wurde von etwa 18 bis 20 Meilen Entfernung aufgenommen und wenn du beginnst auf diese Distanzen zu fotografieren dann hat man so viel Hitze und so viel Nebel in in einem Bild wie dieses was aus 40 Meilen Entfernung aufgenommen wurde sehen wir eine Chemiewaffentest Strecke man sieht zwei Dinge es ist erstens ein Bild einer geheimen Militärbasis und zweitens ein Bild wenn man die Grenzen der Sichtbarkeit wirklich austestet auf 60 Meilen bekommt man dann etwas wie dieses was dann eher wie Kunst aussieht und lernen das Reduzierte zu sehen das Ausblenden des Sichtbaren die Welt ändert sich ständig und ich habe das Gefühl dass mein Beruf meine Aufgabe als Künstler ist zu sehen wie es sich ständig ändert und eines der Dinge über die ich viel nachgedacht habe sind Bilder wie dieses hier früher heute jemand erwähnte dass vor einigen Jahren eine Gruppe existierte die Videoverbindungen aus Drohnenflügen aus offenen Satellitenkanälen abgezogen haben und ich habe einiges dieses Materials bekommen und es sind seltsame Sachen die in diesen Verbindungen auftaucht wie diese Uhr niemand weiß was die Bedeutung ist aber anscheinend kommt sie von Zeit zu Zeit vor und diese Art Ding ist eigentlich ein Zeichen dafür für das was in der Welt passiert in der Welt der Bilder und in der sichtbaren Welt selbst ist also Bilder sind vielleicht grundsätzlich dabei sich zu ändern jetzt gerade traditionell wenn wir bei Bildern nachdenken wie sie funktioniert haben historisch dann ist es so dass sie als Repräsentationen funktioniert haben ein Bild repräsentiert etwas bestimmtes in der Welt aber mehr und mehr wenn wir diesen Punkt noch nicht erreicht haben dann bewegen wir uns zumindest schnell auf ihn zu der größte Teil der Bilder in der Welt wird von Maschinen für Maschinen angefertigt und Menschen werden diese Bilder niemals sehen obwohl diese Bilder einen außerordentlichen Beitrag leisten im Ausbilden der Welt und dieses Regime der Bilder das sich nun bewegt von den Repräsentationen zu den operationalen Abbildungen der Welt ich beende dies mit einem letzten Punkt eine Frage die oft gefragt wird ich werde die vorweg nehmen blöde Fragen bekommst du keinen Ärger von den verschiedenen Agenturen ich möchte darüber nicht gerne sprechen ich möchte nicht darüber gerne sprechen weil wir haben hier es mit Institutionen zu tun und ich glaube nicht dass die Leute die diese aufnäher machen die sagen lasst uns sie hassen solange sie uns fürchten ich glaube die werden nicht gewinnen und ich denke nicht dass wir eine Haltung gegenüber diesen Agenturen halten sollten die uns Angst einflößt und das ist warum ich über diese Projekte spreche in der Art wie ich es tue ich mache mich ein wenig lustig darüber ich lache über sie weil ich nicht denke dass wir sehr gut zurechtkommen wenn wir in dieser Kultur der Angst mitmachen auch auf unsere eigenen Institutionen hin und ich werde jetzt jede Frage beantworten wenn ihr sie stellen wollt hi okay für Fragen bitte hinter den Mikrofonen aufstellen haben wir Fragen aus dem Internet ja wir nehmen eine Frage vom Internet okay es gibt zwei Fragen aus dem Internet zunächst weißt du etwas über Untergrund Stützpunkte ja natürlich es gibt Untergrund Stützpunkte ja es gibt Untergrund Stützpunkte auch wieder blaue Würfel aber wenn du über Untergrund Stützpunkte tief in der Wüste oder unter einem Berg spricht Norad oder so etwas ich glaube nicht dass es sehr große Untergrund Basen gibt ohne eine Spur von dem wir gar nichts wissen also wieder die logistischen Bedingungen sind einfach verrückt und leider es es wird leider alles sehr voll und wir haben die Zeit überschritten wenn ihr also irgendwelche Fragen an Trevor habt er wird natürlich an der bar ihr könnt also Trevor in der bar belästigen glänse an lös an lös lös an lös lös Vielen Dank.